Herzlich Willkommen zum Verlosungsvideo vom 5.10. von meinem 3000 Abonnenten Special vom Gewinnspiel. Ja, herzlich Willkommen zum Verlosungsvideo. Es haben sehr, sehr viele teilgenommen. Danke erstmal an die Leute, die Interesse gezeigt haben und die mitgemacht haben. Nur leider konnte dieses Gewinnspiel eine Person gewinnen und der Gewinner wurde ausgelost. Der glückliche Gewinner ist Nico Rieger aus Heidelberg. Ich würde mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Powerbank gewonnen. Die bekommst du in den nächsten ein bis zwei Wochen. Dann per DHL zugesandt. Solltet ihr sie nicht ankommen, schreibt mir Britta eine Privatnachricht oder schickt mir eine E-Mail. Danke nochmal an alle, die teilgenommen haben. In den nächsten Monaten folgen selbstverständlich natürlich weitere Gewinnspiele. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.